Was gibt's Neues bei Gott? Frag ihn doch selbst. Die Gelegenheit ist günstig. Du hast den besseren Draht, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, wer von uns den besseren Draht hat. Ich glaube nicht an Gott. Das nimmt er mir bestimmt übel. Nein, ich glaube nicht, dass Gott dir das übel nimmt. Schon gar nicht, wenn du zwei willst. Geht euch eure Barmherzigkeit nicht manchmal auf die Machen? Nein. Außerdem ist es nicht meine Barmherzigkeit, es ist Gottes Barmherzigkeit und ich lebe nur nach seinen Geboten. Es gibt also nichts, was dich aus der Haut fahren lässt. Nichts, was dich zur Weißglut bringt und so richtig sauer werden lässt. Doch, es gibt eine Menge Dinge, die mich verrückt machen, die mich ärgern. Aber ich nehme keine Rache. Ich schlage nicht zurück. Und du? Ich weiß nicht. Ihr macht es schon so lange, aber so richtig dringend tut es ja wohl nichts, oder? Die andere Methode scheint ja auch nicht richtig zu klappen, oder? Stimmt. Da hast du eigentlich recht. Aber wenn beide Methoden nichts taugen, dann ist es doch auch egal, für welchen man sich entscheidet. Ich glaube nicht, dass es egal ist. Nein, es ist nicht egal. Auch wenn es egal zu sein scheint. Mir gefällt sie bei dir. Ich weiß. Nein, es ist egal. Ich weiß. Ich weiß. Untertitelung des ZDF, 2020